Okay. Ich weiß auch, ob ich das aufhalten würde. Also ja, das klappt irgendwie besser als der andere Klingel. Und ja, das hier ist das tolle Tor. Ich warte erst mal, bis meine Tinte voll aufgefüllt ist, bevor ich hier durchgehe. Also das hier ist ein Not-Safe, sag ich mal. Für was auch immer sie den eingebaut haben. Ah, hier ist der Not-Safe, genau. Hey, Rothelm, bist du zu Hause? Hm, hast du das gesehen, Ami? Das ist eine Art Kristall, sieht aus wie etwas mit vielen Körpern oder so. Ich wette, das ist der Lindform-Kristall, mit dem man Oroshi Schutzschild aufheben kann. Du weißt schon, das Ding, welches dieser Wacker gesucht hatte. Perfekt, wir haben das Ding vor ihm gefunden. Ja, wo ist Rothelm? Da ist Rothelm. Oh, Rothelm sieht böse aus. Ein blutroter Helm? Hey, das muss Rothelm sein. Hey, hey, es sieht aus wie ein ganz fieser Typ. Bereite dich schon mal auf ihn vor, Fake 9. Oh, ich krieg Kugelkraft. Kugelkraft. Was zur Hölle? Sind das etwa diese Atomikugel der Macht? Beschützen sie uns vor irgendwas? Ja, vor einem bösen Rothelm. Wow. Noch durchschaue ich seine Angriffstaktik nicht. Auf dem Po? Komm, Puspuspus, Rothelm. Ich kapiere echt gerade nicht, wie er funktionieren soll. Wow. Wow. Ich weiß, er kann die Säulen kaputt machen, also lasse ich ihn die Säulen kaputt machen. Ach so, die Kugeln beschützen uns vor seinem Feuer. Wir haben ihn jetzt nackt gemacht. Okay, wir haben keine Kugeln mehr. Ach so, wir müssen einfach nur lang genug auf ihn draufdreschen. Okay. 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 Whoa. Wow. So. Out! Ow! Wohohoho! Ich bin doch hier nicht bei Dark Souls! So, das war er. Aber der Kampf war wahrscheinlich wieder sehr schlecht, bis ich jeden tot gekriegt habe. Bis ich gewusst habe, was ich überhaupt machen musste. Hallo Orochi! Hoch! Kneift er etwa? Ihm nach Armee, schnell! Zurück durch Töne. Ich kümmere mich um den hier. Um den hier. Angriff! Was zum Teufel macht er da? Er wird in kleine Stücke geschnitten werden. Zeit für ein bisschen Pinselarbeit, Armee. Ja. Und dann noch. Jetzt ein bisschen Wind. Ja Wind, mehr Wind. Wind. Was sagst du nun? Warte, hier ist noch mehr. Komm schon, Wind. Warte, Dick. Die geile Technik-Zorn des Windes. Jetzt bin ich sicher, das ist nicht mein Werk. Es sind die Götter, sie spielen mit mir. Wollt ihr denn niemals aufhören, mich zu verspotten? Hört ihr mich da oben? Seid ihr nun glücklich? Oh, warum muss ich diese Bürde tragen und Nagels Nachfahre sein? Alles, was ich möchte, ist es in Frieden zu leben. Macht es euch Spaß, mich ständig zu verfolgen? Alles okay, Alter. Verdammt sollt ihr Götter sein. Ich will eure Macht nicht. Diese ganze Welt kann zum Teufel gehen, soweit es mich betrifft. Genug von diesen Legenden und Nagels Nachfahre-Geschichten. Lasst mich doch einfach, wie ich bin. Was war denn das? Oha. Geh weg. Hä, diese Stimme? Eins nach dem anderen. Du treibst mich noch in den Wahnsinn. Hör auf. Ich will davon jetzt nichts hören. Geh weg. Lass mich alleine. Schluck. Was war denn das, Ami? Hey, eine neue, eine neue Waffe. Yay. Erhalten göttliches Instrument. Lebensperlen. Gebetsperlen, die die Energie des Lebens nutzen. Hallo. Oh, ich störe. Oh, ich störe ich bei irgendwas. Waka. Oh, Backe. Es ist wieder dieser Möchtegern-Prophet. Hey, dass das... Was das ist? Es ist der Linformkristall und endlich gehört er mir. Hier. Du hast ja ganz schön Nerven, so in unsere Sachen rumzuschnüffeln. Wir haben ihn zuerst gefunden. Es wird dir nichts nützen. Ich meine, ich bin der Einzige, der den Schutzschirm damit aufheben kann. Du weißt schon, den Schutzschirm der Mondhöhle. Oranges Bollwerk. Du weißt schon, was ich hier bin. Hm? Meinst du mich, Großer? Hehe, nur keine Hasst. Ich gehe auf... Ich gehe aufmachen. Hey, was geht hier vor sich? Warum gehst du rüber zu Roshi? Hehe. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Zeit für eine Prophezeiung. Ich sehe ein Rodevon mit einem süßen kleinen Ding. Was soll's? Ich muss los. Goodbye, Baby. Warte einen Moment. Den Schutzschirm der Mondhöhle aufheben. Was zum Teufel hat er vor? Oh, es ist keine Zeit für dein Siegesgeheu, Fake-Knoll. Wir müssen hier raus und mit unserer Mission weitermachen. Schnell. Ja, jetzt krieg ich wahrscheinlich noch das Endergebnis, was wieder eine Katastrophe. Zeit ist verkümmert. Ist ja nicht mal... Möchtest du das Spiel speichern? Natürlich. Ja, überspeichern wir hier mal. Oh, mein Lieblingswolf und meine Lieblingslaus sind sicher zurückgekehrt. Als ich die Windmühle am Schreit zu drehen begann, wusste ich, dass du das warst. Ein sehr erfrischender Wind begann, durch das Dorf zu wehen. Du hast Rotheil besiegt und den göttlichen Witt wiedergebracht. Die Unterkrieger machen Freude, aber sie sind schwer zu kontrollieren, wie immer. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür das, was du getan hast, danken kann. Ich möchte auch meinen Dank diesen mutigen Reisenden gegenüber zum Ausdruck bringen. Und Fusehime? Letzte des Hauses Satomi, das hast du gut gemacht. Was? Du kennst Fusehime? Selbstverständlich. Tue ich das. Ich war hier eben, Mann. Und der Oberpriester dieses Schreins. Meine verbliebenen Ängste um das Dorf Cosa banden meinen Geist an diesen Ort, aber dank dir kann ich jetzt endlich Frieden finden. Fusehime und die Unterkrieger müssen noch eine Menge lernen, aber ich habe keine Zweifel daran, dass sie es jetzt schaffen werden. Ich werde über sie wachen. Lebt wohl. Ich werde für eure Gesundheit und euren Erfolg beten. Was ist ihr beiden? Was guckt ihr beiden euch an? Hm, auch nichts. Auf jeden Fall, meine Schöne, müsst ihr uns nicht danken. Beschützt einfach weiter das Dorf als Oberpriester und das Schreins. Ich weiß, wie wir da hätte voll zu tun haben mit diesen nervigen Hunden. Ich war sehr kraftlos seit der letzten Oberpriester dahingeschieden war, aber ich werde... Ja, da war ich etwas zu schnell. Werde ich meinem Leben dem Schrein widmen und die verbliebenen Fünftekrieger bändigen. Das ist die richtige Einstellung. Hey, genug um den Pinseln wieder aufzufüllen. Hat sie noch was zu sagen? Ich sehe, dass ihr eure Reise fortsetzen müsst. Ich werde für euch beten. Ja, ich werde für euch beten. Was ist mit euch? Wir haben für euch gebetet. Ich bin froh zu sehen, dass es euch gut geht. Danke euch. Diese Kugeln der Macht von euch sind wirklich schon was. Du bist ein würdiger Gegner. Ich bin stolz, dass ich gegen dich kämpfen durfte. Ah, komm schon. Du warst auch ganz gut. Nun, da Roten weg ist, werden wir das Dorf beschützen. Wirklich? Nun, wir werden auf euch zählen. Unsere Kameraden waren im Herzen bei dir und haben für dich aus der Ferne gebetet. Hast du das gehört, Ami? Takke, Hayabusa, Ume. Danke für eure Gebete. Der Anblick des Lächelns von Fusihime gibt uns neue Kraft. Wow. Hätte nie gedacht, solche Worte von dir zu hören. So, ich weiß aber immer noch nicht, wie ich Thun aus dem Wasser rauskriegen soll. Vielleicht raussprengen? Bei meinem Wind kriege ich sie nicht raus. Wow, warte mal, Fake-Knoll. Lass uns über unseren nächsten Schritt nachdenken, bevor wir loslegen. War diese Schattenkreatur mit diesen Köpfen wirklich das Monster? Unsere Zuge ist ganz schön düster, wenn wir nichts dagegen tun. Ich meine, ich bin zu jung, um zu sterben. Ich würde auch gerne mal diese Pinsel-Technik selber einsetzen. Du hast diese schattige Kreatur auch nicht allzu sehr angeknurrt. Du hast das Monster schon mal vor langer Zeit besiegt, oder? Ich wette, Damienstreiter Nagi war der Stärkere von euch beiden. Oder vielleicht war dieser legendäre Sake wirklich der Hammer. Stimmt, das muss der Sake gewesen sein. Ami, es gibt wieder diesen legendären Sake in jedem Dorf, oder? Und ist es nicht auch Zeit für das jährliche Fest des Dorfes? Lass uns mal gucken gehen, ob wir einen Schluck von diesem Spezialgebäude bekommen können. Das muss uns vielleicht gut tun. Und außerdem ist es ein schönes Fest, immer eine nette Abwechslung. Wenn ich es schaffe, Sakuya ein wenig betrunken zu machen, dann vielleicht, hey, hey. Ami, ich fühle mich wie neu geboren. Lass uns gehen. Ja, erst einmal mehr Tinte. So. Mit mehr Tinte zum Erfolg. Und ja, Windmühle dreht sich. Yay. So, jetzt ist die super, super tolle Frage, wie kriege ich diese Truhen da raus? So nicht. Okay. Ich muss sie Truhen einfach nur aufspringen und gut ist. Die Bällenperlen. Gibt es hier noch eine Truhe oder war es das erst einmal? Wahrscheinlich erst einmal. Deswegen gehen wir jetzt runter zum Spiegel. Bevor wir uns hier im Dorf noch mal etwas genauer umsehen in der nächsten Aufnahmesession. Zum Beispiel will ich da oben hoch. Hoppala. Will noch mal mit dem Bambusmeister reden. Mich immer noch wundern, warum der Brunnen ausgetrocknet ist. Der wird wieder, aber der Sprung muss immer noch trocken. Ich weiß, er nutzt die Kraft des Windes um das Wasser hochzupucken. Weißt du, was ist das Problem? Hm. Hm. Wahrscheinlich müssen wir erst mal wieder mit dem Bambusmeister graben. So, speichern wir. Einfach den Speicherstand überschreiben. So, und dann gibt es jetzt erst mal einen Cut, wie immer. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.